Du weißt immer genau, was passiert. Man brunnen ganz schön übermütig hier, ey. Nö. Kann auch nicht überall gleichseitig sein hier. Ja doch, die retten wir, die retten wir, ja. Wir müssen da oben, Delfinio, die eine Festung belagern. Hier, wie heißt die? Äh, Septa. Wenn die besetzt ist, dann können die da nicht mehr durchlaufen. So krieg ich nicht mal gute Events. Was sind das denn für meine Ängste? Wenn ich hier immer den Müll reingedrückt bin, dann geht nicht mehr. Menis. Menis. Nein, bleiben Sie da. Bleiben Sie stehen. Wir sind umsingelt. So, jetzt haben wir die Zugang da oben zugemacht. Mhm. Hast du die da unten schon belagert, die eine Provinz hier? Unteres, Namak, la la la, wie das heißt. Und du hast was? Da unten, Südafrika. Achso, nee, nee, nee. Nee, hab ich den nicht. Ich muss jetzt wieder oben noch mal aufziehen. Ähm. Hm. ja die kannst du mir auf jeden fall geben müssen wir erst mal belagerung austauschen und portugal hat auch noch eine südwesten afrika ach da ja vielleicht komme ich da auch noch solltest aber nicht mit schiffen versuchen sondern zwei portugal und spani haben riesenflotte ja ich kann natürlich wüsste mit ein flotter mit menschen und luftschiffe wir spielen protect numats ja ich wollte mal stehen bleiben ich möchte dich töten und ein fleisch von einem gesicht ziehen so kann die staatsheer mit meilard mal enden ich möchte mal das nicht mit meilard ein bisschen knacken ich gewinne ich das wenigstens ja sieht gut aus auch nicht ich möchte noch einmal darum dass wir nicht mehr abhauen können Das war doch wohl. das muss ja auch zwei stunden ob holen dort sich was da müssen wir bitte definio rüber okay ich hab doch nur ein stück egal dann können wir spanien belagern und portugal die hauptstadt schlachtet die hunde oha das wird jetzt ein mega start das schon möglich alter ich sehe nichts und dann hat auch da 15 verloren egal Was machst du da, Delfinio? Ich hab dich verdrückt. Er macht weißen Frieden oder so. Scheiße. Er geht einfach mal aus dem Krieg raus und lässt dich weiter kämpfen. Nein, nein. Was solltest du tun, Delfinio? Ich schicke Verstärkung. Junge, ich hab null Stabilität, aber verliere ich nicht mehr Stabilität, wenn mein Herrscher stirbt. Was ist das für ein Müll? Der ist auch schon 61. So langsam könnte der auch mal, ne? Wahrscheinlich ist der nächste schon ein kompletter Müll. Oh. 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 Es gibt Städte hier oder was? Ach da Dort gibt es auch noch Da kommt halt nur hin, aber hey Böhmisch kapatten Egal, das ist aber Böhm Böhmisch kapatten Geh bitte? Genau Böhmisch kapatten Böhmisch kapatten So kann ich nicht abdanken, wenn ich im Krieg bin Es gibt Glück überhaupt keinen Sinn Mitten im Krieg Ich brauche mich nicht wieder nach Frieden Was soll denn hier unser Ich muss doch noch hier Pferd belagern Es ist noch nicht alles erobert Warum lügst du spielen? Warum lügst du? Was soll denn die Franzosen jetzt hier noch machen? Ach so, die sind gegen Brandenburg Finde ich gut Glaub ich Einfach mal ein bisschen mit Brandenburg draufschlagen Ist immer gut Spanien weiß scheinbar nicht mehr, wo sie verteidigen sollen Schafft ihr das da oben ja, ne? Ja, bis jetzt sieht es so gut aus Was macht ihr denn überhaupt? Sienna war schneller als ihr Ich muss drüber nachdenken Würde ich mal an eurer Stelle drüber nachdenken, ne? Ich weiß nicht mal wie es mal erobern Ich weiß nicht mal wie es mal erobern War nicht sicher Shooting Blöde gar nicht Die Flänzte Um Oh, ich weiß nicht, wie es mir oben gefällt, gleich. Das ist schon so schön. so endlich mein reich verbunden 264 punkte so portugal hat keinen bock mehr Oh, Schakko. Ich komme noch mal wieder. Ich dachte, Gott. so delfine übertrag mal schon die belagerung okay ich meine mein reich ist nicht verbunden weil er peter im weg ist ich hasse ihn okay Hmmmm Da ist das Reich schon zerschlagen und trotzdem kriegst du nichts. muss die eine provinz und noch erobern ich glaube ich glaube ich glaube ich nicht kann ich einfach hinlaufen. Mal gucken. Das sieht nicht so aus. Okay warum Utrechter rechts jetzt irgendwas bekommen hat. Aber Utrechter ist mit Frankreich verbindet. Läuft ja. So jetzt noch mal Brandenburg angereichen. Ich darf hier erst 46 bitte. So. Ich kann immer noch einen Großkrieg an... nee. Ich freue mich noch nicht zu unterstützen. Portugal. Na ich glaube nicht. Oh Utrechter hat auch aufgehört. Ne. Utrechter existiert noch. Mal zurück. Ich habe nichts gesagt. Ich habe schon Handelsidee und alles. Ich krieg trotzdem kein Geld. Was ist denn das? Warum? Warum? Warum zum Fick hat Portugal fast 7,5 Moral? Was? Ich habe sie gesehen. Jochen. Ich hatte Frage mir jetzt bis jetzt. yön gest es dir hast.